Da haben wir mittlerweile schon dann jetzt noch einen zweiten Server. Wo? Ja, bei Atenos. Da muss ich mal separat aber starten. Nach fünf Minuten Inaktivität schaltet er sich aus. Achso. Und wann schaltet er? Der geht dann automatisch an oder wenn er meint, das muss sein oder? Hier, wenn fünf Minuten keiner was macht, schaltet er sich automatisch ab. Ah, ok. Geugt jemand da drauf und muss fünf Minuten, was machen wir sonst? Kupf drauf. So, das haben wir auch. Heißt aber auch, wenn es nur rumlaufen ist. Genau. Irgendwas muss man machen. Ja. In fünf Minuten hier gesteht dann war es das. So. Doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist gut aus. Okay. Okay. So, und dann. So, und dann. So. So, wie war es? So, ich weiß's nicht. du Dop critically. Und du höigstern. Ja. Genau. Ich bin da, wo ich es sch canvasus. Das ist das? Und wir werden hier noch ein bisschen wieder zurück. Wir werden hier noch nicht wieder zurück. Wir werden hier noch ein bisschen zurück. A, was die? Das müssen wir auch noch machen. Wen? Die Seiten müssen wir hier auch noch machen. Hätte ich gefrischt am Baum. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Im Hinzen. Das ist praktisch. 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 ja denke ich auch ich mache gerade schon ein bisschen fußboden hier besonders schön fand ich in der einen folge dieses wo sind das dieses extrem schmale für ganz dünn das ist extrem schmalen hier das ist schön ich denke mal ihr macht hier noch keine fackeln hinter mitte welche leute ankommen richtig ich will das ist cool wenn und co heute gar nicht da sind nur hier noch nichts also so und die ecke da noch mal weg und jetzt aber zwei zombie villager lupf die fackeln hier oben bei dem wasser auch mal richtig machen das war jetzt eine erde zu viel so das wird dunkel da seid ihr mutiger zeit indief brarial k-k-k-k-k-k-k-k-k we buenos mittlerweile plugin roku Da sieht man hier irgendwo welche. Bis jetzt noch nicht. Hört nicht mal welche, ne? Nichts. Da sind auch hier alle hier rum. Da ist noch ein bisschen zu heller. Da ist ein Skelett. Ansonsten sehe ich hier nichts. D? Ich muss mal einer bei den Fernsehentagern mit dem. Oh, mein Mann. Ich habe den Streit gewonnen. Schirritte höre ich. Aber nichts anderes. Kein Bulli-Chyr, kein gar nichts. Das ist wunderbar. 2 1 2 2 2 3 4 5 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 6 9 9 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 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 Es geht nicht. Das ist geliebt. Das war mal eine Punkte erstmal da unten. Da ist es gut, ich bin in ein Loch gefallen. Okay, ich weiß. Man möchte so an sich, wenn man da reinfällt. Da braucht man nicht hoch. Da? Da darf das schon. Oh klar. Hm. Hier ist die Dose. Das gibt es doch nicht. Ich will mich verarschen, Minecraft. Wir haben das geahnt, ja. Das soll doch nicht alles umsonst gewesen sein, oder? Das ist doch einfach. Guten Tag. Unter uns müssen welche sein. Ich bin ein Hexer, der ist ein Hexer. Ich bin ein Hexer. Das war's für heute. Ich kann hier wieder zubauen. Ich will raus. Reicht das nicht? Ich geh mal runter. Ja, weiter. Das kommt vorbei. So ist das? Ordentlich, oder? Nein. Ja, jetzt muss ich mich hier hoch bauen. Ja, warte, ich habe genug Material dabei. Locker bleiben. Wir müssen die Hohlräume versiegeln. Komm, wir fahren höher. Ach so. Jetzt geh mal da, in wo ich bin. Geh mal da, in wo ich bin. Zucken hoch. Da, in wo ich bin. Jetzt geh mal da, in wo ich bin. Da muss ich das trocken und da muss ich das Schmerzschrank in den Fußbrümer reinbrauchen. Oh ja. Ja, ich hab so ein saublödes Gefühl. Ja. Mein Kraft! Ja, ich hab das nicht. Aber so sieht das Ganze schon mal nicht verkehrt aus. Ja. Also es hat was. Ja genau. So muss hier noch etwas was sein. Auf jeden Fall. So eine kleine Bergsiedlung hier. Dann gehen wir in den Schmied hin. Ups. Schöne Aussicht. Ja. Jetzt müssen wir die heißen Bremsen hier. Rücks draus machen. Den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit. So schön. So schön. So viel Mühe gegeben. Und dann sowas. So schön. So schön. So schön. So. 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 Da haben wir zwölf Stehnen wieder, die können wir hier reinsetzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir rennen noch mal das Gneisen. Wir rennen noch mal das Gneisen. Wir rennen noch mal das Gneisen. Uh, hier liegt der Zorn. Was hast du denn schon erzählt? Tja, ich hoffe, dass ein Zombie-Villager kommt. Oh, das kommt ja nichts. Ja, der sich geht noch so schön. Ich bin so verschworen, denke ich. Ich bin so schön, dass der Zorn ist. Ich bin so schön, dass ein Gewalt ist. Okay. und schon wieder alle Korruption So, ich fasse es ja nicht. Kannst du Platz damit gemacht werden, oder? Yes. Ok, yes of course. Yes. Und dann fliegt der Zombie-Villager ganz, ganz früh. Ja, aber ich glaube, die ist in der falsche Gegend der Zombie-Villager. Acht. Hat dir hier schon mal einer begegnet? Nee, ich weiß auch nicht. Kann man die irgendwie einfangen? Ich meine, irgendwie mit einer Leine? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Warum ist hier schon eine Tür drin? Aber die beiden sind ja nicht. Ist es so, dass er ein kleines Schiff rät ist? Da aber das ist ja nicht so, dass er doch nicht. Nein, das ist ja nicht so. Ich höre nicht. Wie kann ich jetzt mit einem alle Gangefen-Villager gucken? Ja, das ist ja wichtig. Ja, das ist ja lustig. Das ist echt gut. Und so viel Mühe hängen, wie verrückt gebraucht und sowas. Dann kommen die hier immer nicht mehr. Jawohl, ich habe kein Mensch hier. Hier liegt mal ein halber. Was denn? Nichts. 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 Aber überhaupt nichts. Die Klasse ist schon vorbei, wenn wir ziehen wir nicht erreicht. Anzeigen schalten. Genau. So ist bald gar nicht mehr so schlecht aus. Definitiv. Da muss man schon im Detail sehen, wie man einfach in dem Feld weißen soll. Ich weiß ja nicht, wie die so tippen meistens. Ja, irgendwie. Vielleicht tippen wir auch ganz anders, als wir denken. Und wir tun sie auch noch. Und gut. Schleißen wir die Kugel hier hin. 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 Schleißen wir den Kugel hier hin. Ich glaube, dass die Wohngegend sehr schlecht inseriert, kann das sein? Ja, halt nur im heißen Draht, ne? Gibt es nichts? Das Glitz sehe ich schon. Ich musste eben kurz erlegen, was es gibt. Was sind diese kleinen süßen Schokimasa? Ich fühle mich hier ein bisschen gemobbt. Ja. Ich finde, dass Eric sagt nicht fair. Nee. Wir können aber jetzt nicht die ganzen Folgen zu haben, müsste irgendwann mal in die Ecke gelungert kommen. Gelungert, das ist das richtige Stichwort. Ja, sonst wird es aber auch langweilig dann, ne? Ja, natürlich. Die ganze Zeit auf Wache hier und dann... Ey. ...einer die Ehre. Sie halten es nicht für nötig. Was? Oh. Au. Wo ist die Schlampe? Da ist die Schlampe. Geht gar nicht. 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 Ach. Diese Schlampe, ey. Das hat sie mit dem Wurf. Schwäche und so'n Scheiß, diese Schlampe. Geht gar nicht, da... Geht aber gut, das tut weh. Geht gar nicht. Dann muss es ein normaler Zomli. Geht aber gut, ich mag dich nicht mehr. Los, Freunde, komm. Du siehst ja auch gar nichts. Das ist ja alles Käse. Also die Annonce muss echt darüber nochmal überdenken schwer. Ein paar Stichwörter rein irgendwie. Super Ausblick. Genau. Erstbezug. Ein Geschleiche, also alles Geschleiche. Und hier Sponche macht es. Aber ich kann es doch da brauchen. Ist doch so weit bei Ätzend. Wie kriegt man sonst Zombies hier hin? Wie kriegt man sonst Zombies? Ja, zum Gehärte. Und mit einem Blutzeug kann man nicht fangen. Leider nicht. Glaube ich zumindest, dass ich ihn nicht fangen kann. Wenn nicht, müssen wir uns welche hinspauen. wanna ich dich noch? Ja. Ich bin einander. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020